Hallo und herzlich willkommen Leute zu dieser kleinen Folge Minecraft QBW mit dem Yaro. Hi. Hi. Der Junge hat echt keine Hobbyseile. So, das sind wir die ganze Zeit meiner Aufnahme. Und wir sehen uns in dem Intro gleich wieder, wenn er gestorben ist. Bis gleich. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt auch nicht da. Wir spielen jetzt auf der Map. Ich habe kein Intro gehört. Wahnsinnig witzig. Ja. Hört man eigentlich meine Maus? Ja, meine. Nee, meine ist eben laut. Ich habe nicht meine Gaming-Maus. Buu. 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 Alles klar wie wieder. Er hat mit auf sein Cape. Hier. Du kleine. Kleines Arschloch. Du kleines. Du hast jetzt mit. Du hast jetzt mittlerweile ein Outro. Nee. Muss mich auch nochmal drum kümmern. Wer hat denn das gemacht? Wir haben ja das gemacht. Äh, Riva, Youtube. Ach klar, den habe ich abonniert. Du bist doch ein Freund, oder? Ja. Frag ihn mal, ob er mir eins machen kann. Oder allgemein an die, die man jetzt abonniert. die meine Zuschauer sind. Könnt ihr mir hin aufrufen. Macht Powerblaze keine Outro. Äh. Äh. Jetzt bin ich traurig. Ah, ne Schnacke. Dies, Leute. Du Mörder. Du Mörder. Ey, welche Minute war das? Was ist du? Nein. Was ist du? Nein. Was ist du? Nein, das war der vor mir. Ich muss einfach nachher, weil der so dumm ist. Ich bin einfach runtergefallen. Du Vollidiot. Was machst du für eine Scheiße? Übrigens, das war ich. Ach ja. Isela. Jetzt igel ich da in die Mitte und dann. Warte mal. Nee, 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 nee. War letztes Video hoch? Nachher. Nachher. Ja, wie wärs mal mit Karten-Effekte einblenden? Ach. Das hab ich früher gemacht. Machst du jetzt mal. So. Ja, äh, nein. Ich kann nicht. Du, 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 du. Du, 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 du. Dicke. Nein, 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 nein. Hurensohn, 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 Hurensohn. Ja, Digger. Alter, fickt Baunen. Ich verpässt dich. Ah! Scheiß Paluten, Alter. Nein, Spaß, ich feier Paluten. Ja, ich auch. Pidiesel. Pieschnusel, Alter. Ja. Jawoll, hab einen von Blau. Tschüss. Hast du das Gefühl, manche Alexis können gar nichts? Alter. Nein! Ich hab keine Picke. Ich hab keine Picke dabei. Wie lächerlich. Ich bin einfach durch alle Blauen durchgerannt, sie checken nix. Ja, ich werd jetzt so, wenn ich jetzt hier beim Fast Bridge nicht fehle. Mach, oh, nice. Und das Team hat auch mal was. Alter, Alter. Ich lauf einfach runter. Fall, fall, fall! Nice, aber hab nochmal einen gegeben. QBW Player am Start. Das ist echt so mit was für ner KD? Hast du gerade geguckt? 0,87. Ja. Ich mit meiner 0,15er KD? Ja, Alter. Bester Mann, würde ich sagen. Oh. Ein Blauer will wieder Stress. Alter. Was seid ihr denn für Lappenkinder, ey? Ja, ich hab... Die Kinder haben echt keine Familie. Ja, okay. Ja, ich dropp einfach beide. Ne, einen. Einer. Pass auf, wir haben noch Besuch vor der Tür. Na, was? Er macht mich Wornhead. Dinger, will er mich ficken. Da schneide ich raus. Er macht mich einfach Wornhead. Nein, das bleibt schön drin. Wir wollen ja alle die Wahrheit von Yaro hören. Ah, da ist jemand. Och, das ist ein Gelb, ey. Ich hab manchmal solche... Scheiß, unser Maid greift an! Ah, scheiß, unser Maid greift an! Pass auf, dass unser Maid uns nicht tötet, ey. Ja. Ich bin vorsichtig, aber bei Maids. Ich greift die gar nicht an. Wir sind gerade irgendwie so am Raging keinen Plan, warum. Ich glaube, wir haben bisher zu viel Koks uns reingedrückt. Ich hab mir hier noch ihn gespritzt. Nein, Spaß. Soll es prägen? Sagt, nein, zu trocken! Hä? Was bist du denn? Was bist du denn für eine Laustange? Hä, hä, hä? Was hast du denn? Digga, der hat nur Knockback an und so. Wer du hier, glaub ich, du. Nein, ich hätte. Ich bin so tot, ey. Ja, ja, come on. Fick dich. Fick dich, doch! Fick dich, Junge! Hau ab! Alter. Oh, boah! Ich hab zwei gute Chestlets gemacht. Ja, ich bin tot. Die haben mich totgekloppelt. Ah! Hä, war beim Secret bei uns schon jemand, Nege? Ne, oh, ja. Gönnen. Digga, der liegt jetzt safe so viel. Ne, hier war schon jemand. Hä? Ne, hier war schon jemand! Ich komme jetzt hier nicht. Doch, ich komme noch raus. Ich wollte schon sagen. Geht's zu Blauarmk. Ja, geh mal hin. Ich komme mit. Und sag, hallo! Ey, ich hab ne Enderpearl gehört. Ey, du hast keine Enderpearl. Hier gibt's nicht mehr einer. Der Junge hinter dir, der hat ne... Rod auf der richtigen Zeit. Der hat sich versucht, irgendwie Fische zu fangen oder so. Also hat er. Digga, ich kaufe mich. Ich craft mir einfach nur ne Chest, ey. Einfach auf dem Weg von Blau. Die dürfen nämlich keine Zeit mehr safen. Ich hol mir die jetzt. Okay, safe? Nicht safe, aber ich hol mir die jetzt. Ich probier's zumindest. Bau, 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 schon mal. Unerfält. Ja, der Bauma-OP-Weg. Ja, der Bauma-OP-Weg. Versorg' da ist gleich Mitte sehr schlecht. Allgemein gleich Mitte. Ich mach's sicher auch irgendwann mal ein Video, wo ich mein Statement zugleich Mitte sage. Und ich mag den Jungen nicht. Magst du die nicht? Hey, magst du gleich Mitte? Ja, schon. Bist du blöd? Du bist doch übel schnell. Du bist doch übel schnell. Du bist doch übel schnell. Der kann übel schnell kraften. Kraften, dicker. Wie der Kraften kann. Oh scheiße. Aber vielleicht nicht ganz so praktisch. LOL! Hä? Alter, die armen Zuschauer, wie lang geht denn deine Aufnahmen schon? Zehn Minuten. Alter, ey, dieser maid. Jawoll, wir haben gewonnen. Okay. Jawoll, Blau ist in der Mitte. Okay, sie können keine Zeit mehr saven. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, unser Bett geht ja auch bald weg. Okay, jetzt, 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 jetzt ist es drauf. Ja, und jetzt sollten wir verlassen. Ja, unser Bett. Ist mir unser, ist mir aber egal. Ich hole mir die jetzt. Äh, das gibt's aufs Maul. Okay, unser Bett ist verloren. Wir können es auch nicht mehr wiederholen. Muss sie... Ich hab... Hä, liegt gold in der Mitte? Äh, nö, da ist ein roter. Ja, rot lebt auch noch. Hol dir den mal. Hahaha, ich sterb doch eh gleich. Du sollst ja sterben. Wenn mehr für mich bleibt. Oh Gott, ich bin tot. Bin tot. Nein, jetzt bin ich alleine. Geh bin ich jetzt mal alleine. Geh da doch ein, irgendjemand. Und das muss... Diesmal safe. Digga. Musste ich musste doch irgendwie runterknüppeln können. Hä, du bist doch noch gar nicht tot. Ja, sorry. Hä, du, du lest noch, Alter. Ja, ich bin jetzt tot, ich werde jetzt verlieren. Äh. Ich hol mir jetzt den roten in der Mitte, ey. Irgendwann... Irgendwann ist auch mal genug mit gold safe und so'n Scheiß. Ne, ich will blau holen. Er ist runtergelaufen. Was ein Hurm. Ich hab ja nicht mal ein Schwert. Jetzt, 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 jetzt. Okay, ich fick den ein. Nicht in der Aufnahme. Jawoll! Oh, das ist mit. Nice. Noch drei blaue. Was? Noch weiter. Ja, nur noch drei. 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 Und wie... Einer und 30 Mails auch drauf. Oh, Leute, ey, es tut mir leid, dass die Aufnahme so lang ist. Aber ja, wo halt halt keine Hobbys, deswegen... Oh, die Butter, die Butter! In die Mitte, in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Wir fangen die jetzt ab. Nein! Ich bin da und nicht... Der kommt so in die Mitte, durch Bridges. sie dürfen den Block nicht erbauen wenn ich muss ich muss reken dann hole ich mir die älter du musst warten das ist ja auch recken du schaffst die Runde doch eh immer die Anspannung was für ne Anspannung nix hier Anspannung wenn er holt an der an der Wander rotige ab der erste und das ist die Konziele aber hier auch wenn ich nicht noch mehr da hat mir noch ein einher die Borda Adi Borda ist jetzt aber erstmals Nummer zwei und gewinnst mir gegen so ein gleichmittel er hat egal ja die Gap einen anderen Werten der Schwert glaube ich Prozent das hat er für ein Schwert Bau noch mal einen ab er hat ein Eisenschwert ich hätte ihn die ganze Zeit und Lola 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 die Bindiebendieb ja die Oma ein Gäste die 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 das das ist nicht ein Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder macht's gut ciao abonniert ja oder mit der Sennwur dort noch voll macht Tschau! Peace! Tschau!